Das hat noch nie geklappt. Oh mein Gott! Der eine spielt sieben Mal die Woche, der andere trainiert dreimal die Woche und ich trainier einmal im Jahr. So meine Freunde, das ist die nächste Folge Say Less, aber heute machen wir was komplett anderes. Jack und ich haben uns überlegt, euch mal zu zeigen, dass wir auch Fußball spielen können. Am Ende des Videos werden wir natürlich einen Verlierer haben, weil wir eine gewisse Person mit dabei haben. Ein aktuell sehr gehypte Spieler von der Schweiz. Sieben Spiele, vier oder fünf Scorer-Punkte. Stell dich mal gerne vor. Danke, dass du hier bist. Ja, ich bin Sam Samuel Bali, ich bin 22 Jahre alt. Ich spiele in der Schweiz, in Zürich beim FC Winterdruck. Wir werden heute fünf Challenges machen. Die Challenges werden wir dann immer vorher erklären. Und der Verlierer haben wir uns überlegt, wird ein Schuh, den ihr aussuchen dürft, in eurer Schuhgröße an euch verschicken. Ah, Fußballschuhe. Ja, ja, Fußballschuhe. Wenn ihr das Video fertig geschaut habt, schreibt einfach, um mitzumachen, eure Schuhgröße rein und den Schuh, den ihr haben wollt. Am Ende des Tages sagen wir jetzt schon mal Say Less. Okay, erstes Spiel. In der Schweiz nennen wir Sau. Jeder hat zwei Touches. Nicht erlaubt ist Oberschenkel und Kopf. Wer der Fehler macht, bekommt S. Wenn man drei Fehler hat, hat man S und man verliert. Und wir spielen die bis zum Gewinner aus. Wie meinst du? Wenn du raus bist, dann bist du danach oder ich danach raus. Dein einziger Eins. Ja, genau. Let's go. Die Sonne knallt. Nein! Nein! Nein, ist gegangen. Aha! Schöne Höhe! Ja, alle eins, ne? Alle S. Letzter muss. Deiner. Wow, 1-1. Wenn zwei Spieler einen Fehler machen, dann müssen wir das ausspielen mit nur einem Kontakt. Aber er ist nach drei, oder? Ja, ja, nach drei. Jetzt? Oh, Bruder. Zählt erst als eins? Dann sind wir noch in den drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Du hast keine Chance, Junge! No! Hier ist Qualität drin, hier ist Qualität. Komm. Ich bin raus. Sam und ich. Ja. Ihr spielt mit einem Leben weiter. Ah! Oh, Lolo! Wie will ich den nehmen, Bro? Der war hier, hast du gesehen? Wiederholung. Wiederholung, komm. Bruder, eigentlich gibt es keine Wiederholung. Ja. 2-2. 2-2? Ja, letzter Punkt. Schuss-Training. Der erste Challenge hat Jack gewonnen. Jack hat jetzt einen Punkt. Okay, also jetzt kommen wir zum nächsten Challenge. Die erste Challenge hat Jack gewonnen. Jetzt kommen wir aufs Tor. Wir haben extra einen Torwart aus Köln geholt. Kommen wir am besten mal rein. Danke, dass du hier bist, Bruder. Gerne, gerne. Ah, ich bin Lukas. Ich spiele in der Frechen in Köln. Und ja, guter Freund von Maddo. Schon lange Jahre. Jahrelang beim 1. FC Köln gespielt. Auch Jugend-National-Torwart gewesen. Und jetzt kriegst du ein paar auf die Nuss von mir. Auf gar keinen Fall. Let's go! Einer wird hinter dem Tor stehen, also neben dem Tor. Wird einen Flugball oder einen ekligen Ball hier hinspielen. Man hat einen Kontakt zur Annahme und mit dem nächsten Abschuss muss man vor der roten Linie, also hinter der roten Linie, zum Tor kommen. Jeder hat fünf Versuche. Der, der mehr macht. Der, der am meisten macht, hat gewonnen. Und dann kann er wieder einen Punkt gewinnen, um die Challenges komplett zu gewinnen. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Okay, du hast gewonnen. Schere, Stein, Papier. Du hast verloren. Hey, du musst anfangen. Warum? Du hast doch verloren. Geh zurück jetzt. Ja, du hast doch richtig verloren. Das ist doch scheißegal. Ey, nein, ich will einfach nicht das erste. Schau, ich kenn den. Dann kann ich mit Druck umgehen. Tief, ein bisschen. Lallisch! Fast ein Ball. Oh, jetzt, 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 jetzt. Eieieiei. Eieiei. Oop, op, op, op. Eieiiei. Eieiei, den fängt der, ja. Letzte Schuss. Letzte Schuss. Ruhig. Nervös, nervös. 2 vor 5, ist okay. 4 vor 5. Ich hab gesagt 4 vor 5, nicht 5 vor 5. 4 vor 5. 4 vor 5. Bruder, was macht ihr? Bruder, ich hab die ganz andere Bälle gespielt. Noch einen. Gib mir einen Ball, ich klatsch ihn rein. Ganz easy, Mann. Na, gar nichts. Der kann nichts. Der schießt Bälle, ich weiß nicht, was der macht. Ein paar Spiele sind in der Schweiz nicht erforderlich. Wie viel soll ich machen? Alle. Ich glaube nicht, dass ihr die Beispiele für diesen großen Mann habt. Jetzt auf einmal flach. Nein. Jetzt auf einmal flach. Boah. Ich sag nichts. Ich sag nichts. Bruder. Weg. Hallo. Raus. Ciao, ciao. Das ist ein Fettbewerb. Mit links. Ciao, das ist ein Fettbewerb. Mit links. Oh. Mission failed. Bro. Oh, geschenkt, Alter. Du hast zwei solche Bälle. Ja. Ey. Geh die Ball. Wie kannst du davor so mit links schießen jetzt? Jesse geht an dich. Unfester Spieler. Unfester Spieler EU. Ah, sorry. Die Schweiz gehört ja nicht zu EU. Wir waren frühstücken vorher. Ich habe ihnen ganz genau gesagt, die werden beide verliehen, aber die wollen es nicht wahrhaben. Und Jack, du gewinnst euch die Fußball-Challenge. 1-1-0. Noch mal so zur Info. Der eine spielt, trainiert sieben Mal die Woche. Der andere trainiert dreimal die Woche und ich trainiere einmal im Jahr. Okay, nächste Challenge. Elfmeterschießen. Jeder schießt dreimal aufs Tor. Der, der am meisten Tore macht, gewinnt. Wenn es eine Gleichzahl ist, dann schlecht. Jack fängt an. Der denkt, der ist Emi Martinez oder so. 1-0. 1-0. Was ist? Letzter. Wo der immerhin schießt. Bruder, nur gucken wo der hinspringt, weißt du? Komm runter. Alles gut, ey. Komm runter. Alles gut, ey. Komm runter. Ich hätte das jetzt schon mehr gesehen, als das. Aieieieieieiei. So viel will Zirkus gemacht heute für's. Ne, das hat noch nie geklappt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dreck. Einfach nur Dreck. Respektlos. Wir machen jetzt das Stechen, weil alle getroffen haben. Wegschießt einmal, danach schieß ich noch mal. Dann schießt er, bis einer verschießt, dann ist er direkt raus. Und dann geht es genauso weiter, bis nur noch einer übrig bleibt. Aber Torhüter war es gut da, muss ich ehrlich sagen. Vollweg! Das sind null Punkte und macht sowas. Ja, Bruder, es darf nicht zu lange dauern. Come on, man! Oh mein Gott! Sie haben noch zwei Challenges. Zwei, eins, null. Also alles ist noch drin. Okay, wir machen jetzt die vorletzte Challenge. Das ist die Touch-Challenge. Der Luca schießt den Ball in die Luft. Jeder hat drei Versuche. Wer die meisten cleanen Touches hinbekommen hat, gewinnt. Weg! Out! Ohoho! Ohohoho! 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 Kommt ihr rein? Mach den nur aus Preview, ja? Nicht Bro. Aber ich sag, ich hatte Krosser den. Ja, weiß ich nicht. Wer sagt Wiederholung? Was? Wiederholung? Was? Wiederholung? Das gibt ja keinen Sinn. Komm, bist du da? Zweiter. Boah! Der war so. Risslich klingeln. Komm, noch mal. Ja. Bruder, meiner war zehnmal schlimmer, ja? Ja. Heiz. Von unseren beiden. Meiner? Oh ja. Aber was ist das eigentlich? Ja, ich kann ja weiter jonglieren, Bro. Das weiß ich jetzt auch nicht, Bruder. Runde hoch. Runde hoch. Runde hoch. Ey. Jeder hat einen Punkt von uns. Jetzt kommen wir wieder in die Stechrunde, wie wir beim Elfmeterschießen. Jeder hat eine Chance. Und das geht dann halt direkt nach dem Chaos-System raus. Let's go. Ich seh, ich schwöre auf alle, so fühlst du den Ball nicht einfach in diese Richtung. Ehrlich mit. Das Ding ist doch einfach. Ich will auch genau da hin. Also, wir haben jetzt den Endstand von zwei, zwei, null. Weil die Jungs so korrekt waren, haben die gesagt, ich soll die letzten noch mitmachen. Sonst hätte ich extra auch gesagt, dass ich verloren hätte. Aber um ein bisschen Würze da noch reinzubringen, geht die letzte Challenge um drei Punkte. Wir werden jetzt hier den Ball immer haben an der weißen Linie und werden so nah wie möglich an die andere Weißlinie, also an die Torauslinie spielen müssen. Von vier Bällen, wer den nächsten Ball hat, gewinnt. Let's go. Jetzt noch besser. Too easy. Too easy. Linie berührt sogar. Ja, Bro, wir können packen, Bro. Das schaffst du nicht. Nee, ist vorbei. Tick kurz. Ja. Jack hat erste Runde gewonnen. Du hast eine Anlage. Ja. Du musst nicht rein. Ja. Genau die Linie. Kommen, komm, komm. Warte mal. Lass der, lass der. Letzte Runde. Gute Anlage. Also ich sag mal so, der ist nicht viel, viel weiter als meiner. Letzte Runde. Okay, letzte. Jetzt eins, eins, eins. Krass, krass. Der kommt nicht mal hier an. Ja! Was? Wie war Weltgehalt. Was? Ich hab gewonnen. Ey, ich hab gut gewonnen. Der ist doch schlecht. Ah! Wie Jake gesagt hat, impossible is nothing. Okay, also ich hab die Challenge gewonnen. War ja auch mal wieder klar. Einer von den beiden, das werden wir gleich auslosen, wird den Schuh für euch kaufen. Was habt ihr zu eurer Niederlage zu sagen? Also ich sag mal ganz ehrlich, zwei, zwei, null. Drei. Ich bin absolut einverstanden, Mensch. Ihr seht's mal wieder. Die Schweizer sind hingekommen. Wie es sich gehört, schicken wir dir jetzt nach Hause. Ciao, ciao. Ey, ich hab noch ganz vergessen. Falls dir das Video gefallen hat, kommentieren, abonnieren, liken. Teilt das mit jedem, den ihr kennt. Und ich würd noch mal sagen, say less und ich hab gewonnen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.